nehmen wir mal an sie verlieben sich es funkt und sie wollen heiraten aber sie sind nicht in der kirche oder nehmen wir mal an dass jemand stirbt und sie wünschen sich eine würdevolle beerdigung sie sind aber nicht in der kirche gibt es hochzeiten oder beerdigungen auch ohne kirchenmitgliedschaft das machen wir männer und frauen pastoren und pastoren klassische pastoren und etwas freaky gepastoren wir haben uns zusammengetan damit sie ihre ganz persönliche maßgeschneiderte zeremonie bekommen haben die kirchenmitgliedschaft ist für uns nicht so wichtig wir freuen uns auf ihre anfrage individuelle lösungen sind möglich warum sich nicht zum beispiel open air in einem romantischen park das ja wort geben oder darf es so eine biker hochzeit sein vieles ist möglich oder darf es ein ghostwriter für ihre reden und ansprachen sein ein einfühlsamer schultercoach mentor und berater für ihre ganz persönlichen herausforderungen schauen sie bei uns vorbei www.brandthepastor.com